Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Ellen kauft ein. Heute sind wir in Untergriesbach im Landrefugium Obermüller und was uns da so erwartet, da bin ich schon ganz schön gespannt, deswegen würde ich sagen, schauen wir mal rein. Bei mir sitzt der Herr Obermüller. Sie sind sozusagen der Chef hier im Haus, oder? Genau. Herzlich Willkommen, schön, dass du da bist. Danke, ich freue mich auch. Was macht denn Ihr Hotel aus? Also neben unserer herrlichen Lage, Freisteiner Südlage am Ortsrand von Untergriesbach, natürlich, da haben wir letztes Jahr einen Wellnessbereich dazu gebaut mit 700 Quadratmetern und haben auch den Bereich Wellnessmeer mit Einbezogen in unser Hotelangebot und das präsentieren wir nun in unsere Gästen. Wie muss man sich denn die Zimmer vorstellen? Also unsere Zimmer sind alle 22 Quadratmeter im Durchschnitt groß. Wir haben elf Zimmer, die einen herrlichen Ausblick haben, die heißen auch Panoramazimmer, weil sie den herrlichen Ausblick haben über die Kammzüge des bayerisch-österreichischen Donauthalts und die sind alle vor zwei Jahren komplett renoviert worden, damit ein Wohlbefinden auf den Zimmern herrscht. Bei Ihrem Haus wird ja Beauty und Wellness ganz groß geschrieben, vor allem Wellness. Also Wellness, eben aufgrund vom Umbau haben wir eben viele Möglichkeiten von Dampssauna, Finisher Sauna, Sonarium, Whirlpool-Wannen, fünf Kabinen im Spa-Bereich, wo Mitarbeiter Behandlungen durchführen, aber auch natürlich mit der Bio-Linie, auch nichts mit industriell gefertigten Kosmetik und solche Sachen lehnen wir ab. Man muss das jetzt nicht unbedingt mit einem ganzen Hotelaufenthalt buchen, man kann das auch an einem einzelnen Tag buchen oder? Ja, bei uns, wir haben auch verschiedene Angebote auf unserer Homepage im Bereich Tages-Wellness, wenn man sich mal eine kleine Auszeit vom Alltag schaffen will, einfach mal einen Tag morgens wegfahren von zu Hause, einen schönen Wellness-Tag bei uns verbringen, sich verwöhnen lassen, auch mit Kosmetik- und Massage-Anwendungen, wo es bei unserem Package mit dabei sind und abends wieder gut erholt und ein bisschen ungestresster nach Hause wieder ankommen. Das klingt auf jeden Fall gut. Jetzt haben Sie neben Wellness auch auf Ihrer Homepage am Begriff Selfness. Was muss man sich darunter vorstellen? Selfness löst mittlerweile Wellness ein bisschen ab, also das heißt die Eigenverantwortlichkeit unserer Gäste für ihre Gesundheit. Den Begriff hat Matthias Hoax, das war einer der Zukunftsforscher, 2009 ins Leben gerufen und hat damit sagen wollen, eben die Eigenverantwortlichkeit für meine Gesundheit, was tut mir gut und das wollen wir hier in unserem Hotelangebot aufnehmen. Wir haben einen Trainer im Haus beschäftigt, den Tomek, der hier Präventionskurse anbieten kann, die auch tagsüber stattfinden können, wo genau die Tageswellenness-Gäste auch teilnehmen können und hier wird dann praktisch autogenes Training, progressive Muskelentspannung, Smoothie-Training und solche Sachen abgehandelt. Wir wollen, dass der Kunde dann unsere Gäste das mit nach Hause nehmen können und zu Hause weitermachen können. Wie das konkret ausschaut, das schaue ich mir jetzt mal an. Bei mir ist jetzt der Tomek. Sie sind der Gesundheitsexperte im Haus, oder? Ja, ich bin sogenannte Gesundheitsexperte und Mensch, der schon seit über 30 Jahren intensiv mit Bewegung und Auswirkungen am Körper, auf Körper, Geist und Seele sich beschäftigt. Das merkt man auch in Ihrer Ausbildung, oder? Ja, ich habe Glück gehabt, in Deutschland zu studieren, an der Deutschen Sporthochschule im Bereich Prävention und Rehabilitation und über 24 Jahre habe ich Erfahrung im klinischen Bereich, komme aus dem Reha-Bereich, im Bereich Neurologie, Orthopädie und Herz-Kreislauf, in verschiedenen Kliniken bei der Dreieck gearbeitet habe, in Bad Füßing, Bad Birnbach und Bad Griesbach. Und jetzt habe ich vor zwei Jahren mich verändert und habe gesagt, jetzt mit 58 Jahren möchte ich etwas Neues anfangen und ganz stark in der Prävention im Gesundheitssektor das zu programmieren, dass die Leute nicht so weit sind, dass die nicht in die Reha-Klinik brauchen gehen. Verschiedene Lösungen und dieses Ambiente hier bietet das auch ein. Wie genau kann man denn dann bei Ihnen buchen? Also die ganzen Vielzahl unserer Angebote, sei es jetzt Tageswellness, sei es ein schönes Kurzurlaubsangebot zwischen zwei oder drei Nächte oder einen Urlaub lang, fünf oder sieben Nächte, finden Sie auf unserer Homepage. Besonders interessant ist auch unsere Selfness-Woche. Das ist ein spezielles Angebot, wo die meisten Krankenkassen in Deutschland bezuschussen, mit bis zu 200 Euro. Das heißt, bei einem Aufenthalt von sieben Nächten, der bei uns einmal im Monat speziell stattfindet, die Selfness-Woche, bieten wir so ein Kursangebot an. Da ist einmal dabei das Smoothie-Walking, das von der Krankenkasse anerkannt ist. Dann ist Qigong als Entspannungseinheit mit dabei. Und das ist ein Sieben-Tages-Angebot. Entspannung, Balance und Wellness, das klingt doch gut. Wenn wir jetzt Ihr Interesse geweckt haben und Sie noch mehr Infos brauchen, dann finden Sie die am einfachsten im Internet unter www.balancehotel-obermüller.de. Ich verabschiede mich jetzt erstmal von Ihnen und freue mich, wenn Sie nächstes Mal wieder einschalten. Bis dann, tschüss! Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017